Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück hier zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Mein Name ist Krumpas Bambuso und auf diesem Kanal gibt es vor allem Spiele zu Politik, Strategiespielen, Wirtschaftssimulationen, aber ab und zu mal auch Aufbaustrategiespiele oder Aufbausimulationen. Und wir schauen uns heute mal ein neues Spiel an und zwar das Spiel Soviet Republic Workers and Resource. Mir wurde das Spiel freundlicherweise von den Entwicklern zur Verfügung gestellt, damit ich es euch zeigen kann, damit ich es ein bisschen spielen kann, um es euch zu zeigen. Wir starten ein neues Projekt und ich werde erstmal kurz gleich erklären, was das Besondere an diesem Spiel ist. Denn es ist kein gewöhnliches Aufbauspiel, wie man es so kennt, wie beispielsweise City Skyline, SimCity oder ähnliches, sondern man hat tatsächlich ein ganzes Land, was man versucht aufzubauen. Das heißt, man kann mehrere Städte aufbauen und vor allem ist das Besondere daran, dass wir halt in einer, ja wir bauen quasi einen Ostblockstaat auf, der unter dem realen Sozialismus entsteht. Und es gibt einige Mechaniken, die das Spiel hier ausmachen, vor allem die, dass man nicht alles unbedingt mit Geld machen muss, sondern tatsächlich auch einfach mit den Ressourcen. Das heißt, wenn wir Dinge aus Kies bauen müssen eigentlich, können wir entweder Geld dafür ausgeben oder eben Kies zusammensuchen und das dann dafür verwenden. Und wenn man alles gut hinkriegt, hat man nachher ein Städtewachstum, was nur darauf baut, indem man Ressourcen verwendet, ohne dass man direkt Geld in die Hand nehmen muss. Was doch ein relativ cooles Konzept ist. Am Anfang gibt es zwei Karten, die wir auswählen können. Einmal Osteuropa mittlere Hügel und Osteuropa mittlere Hügel mit Bewohner. Wir werden mal die mit Bewohner nehmen. Ähm, ich denke mal, das hier lassen wir so. Ähm, wir lassen mal, ich weiß nicht. Wir machen mal auf Mittel. Und ansonsten können wir das aktivieren. Ne, ist noch nicht dabei. Ja, das Spiel, da kommen immer wieder neue Updates raus. Und bin ich mal gespannt, was da alles noch dazu kommt. Aber wir können mal hier 1960 oder 1970. Wir starten mal 1960, wollen wir ja so viel mitnehmen wie es geht. Wir gucken uns das mal an. Wir starten mal ein Spiel. Und ich habe mir kein Ziel ungefähr gesetzt, was wir da machen wollen. Ähm, sondern wir werden uns das mal anschauen. Und, äh, schauen, wie unsere Stadt wächst. Wenn ihr Vorschläge habt oder Ideen oder Hinweise oder, ähm, keine Ahnung was, Tipps, immer, wie gesagt, immer gerne in die Kommentare reinschreiben. Das hilft immer ungemein, weil vielleicht spielt ja der ein oder andere das schon bei euch und, äh, also von euch und weiß da vielleicht ein bisschen mehr als ich. Das ist, äh, sehr wahrscheinlich so. Ich habe mich da erstmal so ein bisschen reingespielt, ähm, so ein bisschen privat so geguckt. Ich mache das ja meistens so, dass ich immer erstmal so ein bisschen spiele und dann möchte ich gerne so viel, ähm, Blind mitnehmen beim Aufnehmen, wie es möglich ist. Ähm, also sich quasi nicht so, wie nennt man das, sich so spoilern lassen. Gut, bei dem Spiel ist das jetzt wahrscheinlich nicht so schlimm, wenn man sich da so ein bisschen spoilern lässt, weil dann weiß man schon mal ein bisschen Bescheid. So ein bisschen was weiß ich auf jeden Fall. Ja, so. Okay. Und da sind wir. Ich werde erstmal pausieren. Und da werden wir gleich mal anfangen, direkt, äh, bestimmte Sachen uns mal anzuschauen. Zum einen die Musik, die, die ist schon, äh, sehr gut ausgewählt. Da kriegt man richtig das, äh, diesen, äh, ja, diesen Ostblock-Staaten-Feeling. So nenne ich das mal. Wir haben hier eine Karte. Die Karte ist immer gleich. Ähm, später werden wahrscheinlich noch neue Karten dazukommen. Wir haben hier schon mal generierte Städte. Da könnte man auch versuchen, die anzubinden. Aber wir wollen natürlich eine neue Stadt aufbauen. Wir sind ein, äh, ein sozialistischer Staat. Das heißt, wir wollen natürlich eine, eine neue Stadt aufbauen. Eine Planstadt. Und da müssen wir uns natürlich erstmal anschauen, ähm, wo wir hingehen. Es gibt ein paar wichtige Features. Wir haben einmal hier, ähm, die Grenze. Das hier ist die Grenze zu den Weststaaten, also zu den NATO-Gebieten beispielsweise. Dort können wir Sachen hinverkaufen. Und wir haben noch, das müsste dann hier sein, ähm, genau, die Grenze Richtung Osten. Ähm, zu den Oststaaten. Das ist wichtig, denn wir haben zwei verschiedene Währungen, wie wir hier oben sehen. Einmal Dollar und einmal Rubel. Und, ähm, wenn man mit dem anderen, äh, also wenn wir mit den Oststaaten handeln, zahlen wir mit Rubel. Und wenn wir mit den Weststaaten arbeiten, äh, äh, arbeiten, also mit denen handeln, bezahlen wir logischerweise mit Dollar. Ja, ähm, das ist ganz wichtig. Deswegen wollen wir natürlich schauen, dass wir am ehesten eher mit, äh, unseren Oststaaten, äh, Brüdern da zusammenarbeiten. Im Hintergrund hört man schön meine Katze, die Hallo sagen tut. Ähm, dafür müssen wir aber erstmal schauen, wo wir uns, äh, denn hinsetzen. Ich würde am liebsten irgendwo in die Nähe einer Grenzstation. Haben wir hier eine Grenzstation, dann sind das einfach nur Grenzen. Das ist ein Zollhaus, da sind aber keine Schienen dabei, oder? Ich muss das gerade kurz mal überprüfen. Ah doch, hier sind Schienen dabei, das heißt, hier könnten wir das machen. Wir brauchen aber auch noch ein, genau hier wäre so ein, äh, Umspannwerk, also, dass wir auch, äh, Strom rausliefern können. Ähm, das erste, was wir schauen müssen, ist, dass wir einen Ort nehmen, ähm, wo wir, bestimmte Ressourcen bekommen. Es gibt beispielsweise Kohle, Eisen oder Öl, dass wir irgendwie eine Ressource haben, die wir quasi schnell verkaufen können, damit wir Geld generieren. Wir hätten hier ein bisschen Kohle, wenn ich das richtig sehe. Direkt hier. Das wäre eigentlich ganz gut, da könnten wir hier vielleicht unsere Stadt aufbauen. Also hier viel, oh, hier haben wir noch eine bessere Station. Ja. Ist aber die Überlegung, ich würde eigentlich gern... Ach ne, hier ist wieder keine, okay, hier ist wieder keine, ähm, Zugstrecke dabei. Warte mal, wir schauen mal kurz, ähm... Das hier ist die Ostgrenze, das hier und das hier, paradoxerweise. Ähm, vielleicht können wir auch schauen, dass wir zuerst irgendwie Eisen abernten. Wir gehen mal ein bisschen weiter hier rüber. Vielleicht finden wir hier auch noch irgendwo eine Station. So, das hier ist wieder eine normale. Also erstmal so ein bisschen, äh, schauen, wo wir hingehen. Okay, hier hätten wir wieder eine größere. Haben wir denn hier irgendwas in der Nähe? Eisen wäre hier ungefähr. Könnte man also abbauen. Kohle ist jetzt eher keine. Oh, wir hätten hier Öl. Öl hätten wir hier. Beziehungsweise eher da. Wir müssen hier nicht unbedingt so nah an der, am Kartenende da quasi arbeiten. Ich bin halt am überlegen, ob wir entweder Kohle oder Eisen nehmen. Beides brauchen wir. Hier hätten wir auch Kohle. Ja, hm. Ich werde mal noch da hinschauen, was wir hier haben. Ob wir da irgendwas in der Nähe haben. Hier hätten wir, ach, das ist natürlich wieder die andere Kartenseite. Ja, okay. Und dann wäre nur noch das hier. Dann sind wir wieder hier. Okay. Wir hätten aber auch hier ein bisschen Kohle hier, wenn ich das richtig sehe. Ja, sind jetzt natürlich nicht die großen Vorkommen. Aber das dürfte in Ordnung sein. Okay, wir werden wahrscheinlich hier unsere Stadt oder hier unsere Stadt hin. Wobei, ich denke, wir bauen unsere Stadt hier hin. Hier kommt dann die Industrie hin. Wo wir dann die Leute hinkarren müssen. Denn das Spiel hat nicht nur dieses Feature, dass es quasi nur um die Ressourcen geht. Also, dass wir quasi Ressourcen versuchen herzustellen oder beziehungsweise zu fördern. Sondern wir müssen auch die Arbeiter zu ihren Arbeitsplätzen bringen. Was auch sehr, sehr wichtig ist. Okay. Also, wir haben sowohl... Wir haben eigentlich hier alles in der Nähe. Wir werden am Anfang erstmal mit einer Stadt anfangen. Und dann früher oder später damit beginnen, noch andere Städte zu bauen. Wir könnten auch hier hin. Hier ist schon mal so eine kleine Stadt. Ja, aber die müsste man dann versuchen zu versorgen. Weil hier oben ist ja auch ganz viel Zeugs. Ja, wir gehen nochmal da hin. Wir bauen da unsere Stadt hin. Genau. Und... Hier müsste auch ein bisschen Kohle sein, oder? Ich schaue nochmal kurz nach. Ja, minimal. Wir können das auch überprüfen. Konstruktion. Hier kann man beispielsweise die Sachen einstellen. Wenn wir mit Rubel bauen, bauen wir mit Rubel. Wenn wir mit Dollar bauen, bauen wir mit Dollar. Wir wollen natürlich mit Rubel erstmal bauen. Ähm... Ist immer schön, wenn man eine Währung sich da irgendwie auf Reserve legt. Ähm... Es gibt verschiedene Gebäude, die wir bauen können. Kohlekraftwerk stimmt. Dann ist Kohle tatsächlich doch nochmal klüger. Wir können auf jeden Fall schauen. Es gibt verschiedene Sachen. Es gibt, ähm... Bestimmte Produktionsketten, die man versucht natürlich einzuhalten. Das heißt, wir fördern jetzt nicht einfach Kohle, sondern erstmal Kohle Erz. Was dann verarbeitet werden muss. Ähm... Genau. Wir haben eine Kohlemine und dann brauchen wir die Verarbeitungsanlage für Kohle. Ähm... Okay. Hier könnten wir das hinbauen. Auch da. Ist natürlich die Frage, ob wir da überhaupt... Hier geht's auch. Auch da. Das wäre eigentlich ganz gut. Also wenn wir die Stadt hier hin planen erstmal. Also die erste Stadt. Ähm... Dann kriegen wir das hin. Jetzt geht dieser Bildschirm nicht weg. Ja, ab und zu gibt's da noch... Achso, okay. Ist alles wieder gut. Ähm... Ich wollte nur ein bisschen näher heranzoomen, damit wir uns das besser anschauen können, wo wir das hinmachen. Ähm... Das muss natürlich wohl überlegt sein. Okay. Wir wollten... Wo haben wir es wieder? Ähm... Genau. Eine Kohlemine. Wir müssen natürlich auch schauen, dass wir die Leute da hinbekommen. So, drehen wir das. Wir sehen, da gibt's verschiedene Eingänge. Wir müssen auch schauen, dass wir die Kohleförderbänder da rausbekommen. Ich denke, wir bauen es hier hin. Direkt in die Berge. Indem wir jetzt hier mit linker Maustaste gedrückt halten, ebnen wir das Gebiet so ein bisschen ein. So, ich baue das schon mal hier hin. Ähm... Dann sehen wir, wo die Eingänge sind. Ich werde wahrscheinlich noch mal das mit dem Autospeichern so ein bisschen ändern. Beim nächsten... Okay. Jetzt müssen wir gucken, ob wir hier mit den Förderbändern überhaupt rauskommen. Ähm... Dafür müssen wir hier rein in die Infrastruktur, denn wir müssen dann hier so Förderer machen. Äh... Förderer-Verbindung. Kommen wir hier um die Ecke. Nee. Okay. Das heißt, wir brauchen erstmal wahrscheinlich eine Fördermaschine. Okay. Hier kriegen wir das vielleicht hin. Das heißt, wir müssen das so hinstellen. Wir ebnen das mal ein. Ich sehe jetzt schon kommen, dass das relativ knapp wird. Ich hoffe, das klappt. Nee, geht nicht. Das ist schon mal sehr... Unschön. Okay. Das heißt, wir machen das nochmal weg. Das Schöne ist, wir haben jetzt noch kein Geld ausgegeben. Okay. Wir haben ein bisschen Geld ausgegeben wegen dem Einebnen. Aber die Gebäude werden erst gebaut, wenn wir die Zeit wieder laufen lassen. Wir machen mal kurz das, damit das hier wieder weg geht. Ähm... Wir dürfen es nicht zu hoch in den Bergen reinstellen. Sonst kriegen wir das Ding da nicht raus. Es ist manchmal wirklich ein bisschen Fummelarbeit. Aber okay. Dann machen wir es hier hin. Ich habe das Ding hier auch echt doof hingestellt. Ich hätte es eher so hinstellen sollen. Genau. Und diesmal müssten wir da rauskommen. Ich überprüfe das direkt. Dann sehen wir das. So. Ja, muss direkt vom Gebäude. Also das heißt, wenn wir jetzt hier die Fördermaschine hinmachen. So in dem Sinne müsste das ja gehen. Genau. Und dann von da nach da. Genau, jetzt geht das. Okay, sehr schön. Das heißt, wir können das hier beispielsweise jetzt hier runter bis ins Dorf rein tragen. Wir wollen das ja hier ungefähr positionieren, das Dorf. Ja, sind wir hier nicht so weit weg davon. Ähm... Wir wollen jetzt das auf jeden Fall veredeln. Das heißt, wir können jetzt hier... Wo haben wir das genau? Hier eine Verarbeitungsanlage für Kohle hinbauen. Und das ist wichtig, dass aus diesem Kohleärz dann Kohle wird. Genau. Oh, das ist natürlich ein massives Gebäude. Okay, von da unten kommt das rein. Wir müssen mal schauen. Also so wäre das vielleicht. Später können wir das sogar so machen, dass diese Einebnungen auch kein Geld mehr kosten. Weil wir dann einfach die Maschinen dafür benutzen. Und die machen das dann. Also unsere Baufirmen, die wir da haben. Natürlich alles in staatlicher Hand. So, dass wir das auch alles selbst machen. Okay, jetzt müssen wir von da nach da. Genau. Das hat schon mal funktioniert. Vielleicht können wir später noch ein zweites Ding dahin machen. Das hängt davon ab. Das weiß ich nicht, wie viel das eben verbraucht. So, jetzt ist die Überlegung, dass wir das entweder... Ne, jetzt muss ich überlegen. Wie war das nochmal gewesen? Ich weiß, man muss da so ein bisschen drauf aufpassen. Denn jetzt kann man ein Rohstofflager machen. Also hier kleiner oder großer Rohstoffspeicher. Wir werden mal einen großen bauen, würde ich sagen. Oder wie groß ist ein kleiner? Okay, wesentlich kleiner. Ich glaube, ein kleiner reicht. Das heißt, wir müssen das ein bisschen drehen. Weil die Straße muss dann noch rüber. Hier oben muss aber auch noch eine Straße gehen. Das heißt, wir müssen sowieso hier eine Straße durchziehen. Okay. Ich hoffe, wir kommen da mit einer Straße noch durch. Ich ahne aber schon mal Böses. Das ist immer so ein bisschen Fummelarbeit, wie gesagt. Äh, nee. Ich glaube, also zuerst müssen wir es hier rein machen. Und dann können wir hier beispielsweise das Kohlekraftwerk reinsetzen. Oder wir müssen das jetzt hier so dran setzen. Das ist die Frage, wo ich jetzt mir nicht sicher bin, wie das genau ist, wie es funktioniert. Wir müssen es einfach ausprobieren. Finde eh kein Weg dran vorbei. Ihr könnt natürlich auch Städtenamen vorschlagen. Also wenn wir da mal eine Stadt hingebaut haben, was für einen Namen wir da nehmen. Jetzt muss ich überlegen. Wir müssen auf jeden Fall schauen. Also wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch ein Kohlekraftwerk. Wir müssen nämlich Strom produzieren. Ansonsten müssen wir es teuer importieren, was natürlich doof ist. Ja, hm. Das heißt, wir müssen das eigentlich hier rüber bauen. Alles wieder eher suboptimal. Ja, wobei, da hinten geht es eigentlich. Genau. Da kommen die Förderbänder hin. Das heißt, wir brauchen aber für die Förderbänder wieder hier so eine Fördermaschine. Sonst kriegen wir das hier nicht hin. Wahrscheinlich so. Genau. Und dann wahrscheinlich noch hier eins. Okay. Genau. Das geht. Und dann von da nach da. Das geht auch. Sehr schön. Ja, das automatische Speichern ist ein bisschen knapp eingestellt. So. Und jetzt müssen wir gucken. Ähm. Oh, wie ging das nochmal, dass man es höher einstellt? Muss ich mal gleich schauen, kurz zwischen den Aufnahmen. Damit wir das hier höher einstellen können, damit die Straße gleich hier vorbeikommt. Und wir machen das auf jeden Fall jetzt erstmal so rein. Also entweder ist das jetzt richtig oder wir müssen das direkt von hier nach da hin machen. Dann könnten wir das aber nochmal so machen, dass wir das hier nochmal komplett weg machen. machen das so und dann könnten wir hier das rein theoretisch auch so machen. Ist jetzt die Frage, ich bin mir nicht mehr sicher, wie das richtig war. Das eine geht und das andere geht nicht. Aber normalerweise müsste das gehen. So von der Logik her. Okay. Das hätten wir also schon mal getan. Äh. So. Jetzt müssen wir gucken, dass wir mit den Straßen vorbeikommen. Ähm. Wir nehmen mal die normale Asphaltstraße. Kommen wir hier drunter durch? Nee, Aufstieg zu steil. Äh. Das ist natürlich auch super. Kiesstraße, geht das vielleicht? Nein. Okay. Das ist natürlich. Der ist, es ist zu steil. Wir machen mal nochmal das Ding hier weg und werden das vielleicht nochmal umbauen. So, um erstmal zu gucken, ob wir hier überhaupt rauskommen. Ja. Okay, das ist wichtiger. Da müssen wir das Ding wahrscheinlich hier mal einmal so rumlegen. Okay, ja, wir nehmen die Kiesstraße. Das ist in Ordnung. So von. Oh Gott. Das geht nur von. Oh nein, das ist auf der anderen Seite. Ähm. Das ist natürlich jetzt auch wieder super. Na ja, okay. Okay. Okay, das geht ja schon mal. Wichtig ist, dass die Straßen angeschlossen sind, damit die, ähm, Feuerwehr und sowas dahin kommt. So, wir machen mal das. Okay. 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 Okay, und jetzt müssen wir nur noch von der Straße hier irgendwo hinkommen. Kommen wir hier drunter durch? Nee. Okay. Okay, das heißt, die Dinger müssen wir allgemein höher einstellen. Also diese, diese Förderwände. Aber gut, das habe ich mir ja schon, schon gedacht. Ich muss nur gucken, wie das war mit dem, welcher Shortcut das war, um das höher einzustellen. Ja, wobei, hier könnte man vielleicht durchkommen, aber, na ja, eher nicht. Hm. Ja, oder halt eben hier oben vorbei. Geht das? Kriegen wir das hin? Vielleicht Stück für Stück. Ja. Vielleicht. Wobei ich das Gefühl habe, dass ich jetzt hier einfach nur Geld reinballe. Nee, nee, das ebnet sich so langsam an. Also es ist ein wirklich sehr interessantes Spiel von dem ganzen Konzept her. Und wir sind jetzt erstmal noch beim Anfang. Okay, sehr schön. Doch, wir kriegen das von da hin. Okay. Okay, sehr schön. Oh, kommen wir hier von runter? Ja, ja, okay. Ach. So, nochmal hier rüber. Zack, haben wir hinbekommen. Und dann einfach hier rein. Wunderbar. Und hier können wir das auch... Äh, machen wir das mal so. Ist jetzt im Moment nicht das Allerschönste, aber ich denke, das ist erstmal so in Ordnung. Wir müssen natürlich gucken, wie gesagt, dass wir nachher noch die ganzen Leute da rüberbringen. Aber das wird auch nochmal eine schöne Aufgabe. Ei, ei, ei. Okay, das geht. Wir brauchen nur die Verbindung hier. Ist egal, wie schlimm das dann aussieht. Okay. Zack, die Verbindung haben wir. Das heißt, die ganzen Dinger hier sind auf jeden Fall schon mal angeschlossen an das Straßennetz. Äh, äh, Netz. Genau. Okay, sehr schön. Wir müssen später auch noch Bürgersteige und sonst was hinbauen, damit die Leute hinkommen können. Wenn wir die Stadt ja hier hinpflanzen, dann geht das schon. Das geht schon. Da könnten wir auch hier diese Straße so ein bisschen neu ziehen. Ist in Ordnung. Okay, ähm, wir haben das. Es müsste normalerweise funktionieren. Ach nee, wir müssen das hier noch anschließen. Ja, genau. Das müssen wir auch einmal hier kurz quer ziehen. Mach ich mal schnell. Wir können uns hier oben auch übrigens hier diese Straßen, ja, da quer legen, damit wir sie schneller hier nehmen können. So. Genau. Äh, sehr schön. Okay. Das heißt, im Normalfall, also der Gedanke ist, die Kohlemine fördert das, äh, die Kohle nach oben. Ähm, das, äh, Veredelungswerk macht daraus eben Kohle. Also Kohle, Erz wird hier, dann kommt hier Kohle. Geht erstmal ins Rohstofflager rein. Vom Rohstofflager wird es dann hier da rüber gebracht. Ah nee, da müssen wir das ja auch nochmal machen. Ah ja. Fast vergessen. Okay, dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Müssten wir. Indem wir hier einfach noch eine Fördermaschine hinstellen. Ähm. Okay. Ja, geht. Sehr schön, wunderbar. Hügel? Wo ist denn hier ein Hügel? 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 Wenn wir es direkt ans Kohlekraftwerk anschließen würden, dann würde das irgendwann volllaufen und dann wird hier nichts mehr produziert. So würde es erstmal ein Zwischenlager da. Und später, falls wir Kohle verkaufen wollen, können wir es einfach da verkaufen. Okay. Und das hätten wir. Jetzt brauchen wir natürlich für unser Kraftwerk verschiedene Dinge. Wir brauchen auf jeden Fall einen Leistungstransformator, weil hier ein Strom mit höherer Spannung rauskommt. Wir brauchen ein Umspannwerk. Brauchen wir einen Mittelspannungsleiter? Umspannwerk ist auf jeden Fall wichtig, damit die Sachen hier mit Strom beliefert werden. Oh, das wird auch nochmal... Kriegen wir es hier hin? Okay, da könnten wir es hin machen, dass es noch von allen erwischt wird. Okay, das hätten wir. Dann sind alle die Gebäude auf jeden Fall damit versorgt. Jetzt brauchen wir einen Leistungstransformator. Den würde ich hier hin platzieren, würde ich jetzt mal sagen. Genau. So, also von der Logik her. Okay, dann heißt das Hochspannungsleitung. Von da nach da, genau. Das ist angebunden. Und jetzt brauchen wir normalerweise nicht mehr Hochspannung, sondern die Mittelspannungsleitung. Oder weiß ich gar nicht, dann nehmen wir das hier. Ich glaube, man kann das auch hier nehmen. Wir werden auf jeden Fall... Gebäude im Weg. Also dann machen wir das hier so und dann von da da. Okay. Das heißt, wir können schon mal Strom verkaufen, wenn der Strom läuft. Oder im Notfall halt eben Strom importieren. Okay, von da geht es dann... ...darüber. Genau, das heißt, die Gebäude müssten jetzt auch Strom haben, sobald hier das erstmal alles gebaut wird. Das ist schon mal sehr wichtig. Das ist sehr gut. Okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Okay. Jetzt machen wir ein paar Fußwege hin. Ja, richtige Gehwege. Ja, beziehungsweise nein. Wir werden zuerst noch eine Bushaltestelle dahin machen. Weil sonst haben wir das Problem, dass die Leute nicht dahin kommen. Aber wo sind die? Die müssen auch hier sein. Nee. Oder sind die bei Straßen? Doch, die sind bei Straßen, genau. Busplattform. Busplattform klein. So, wir müssen gucken, dass die Leute hier rüberkommen. Auf jeden Fall. Braucht natürlich ein bisschen Platz. Hier wäre eigentlich optimal, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Ist das in Ordnung? Doch, die müssten da hochkommen. Okay, wir bauen mal das hier hin. Werden die Straße hier verbinden. Was natürlich nicht geht, dann... Ah ja, okay. Dann machen wir das wieder weg. Das ist immer gut, wenn das noch nicht hingebaut ist. So. Kurz angehalten. Wenn wir es hier auf die Seite machen, ist es wahrscheinlich zu weit weg. Von den Gebäuden her. Ich weiß es halt nicht. Wir könnten das ausprobieren. Hat er jetzt hier die Straße abgerissen oder ist die noch da? Nee, die ist noch da. Okay. War nur kurz... Ja. Ein Fehler. Gut. Wir machen das hier dran und dann von hier da rüber, damit diese Sachen da verbunden sind. Von da nach da. Von da gehen wir drunter durch. Auch hier hin. Das heißt, die können auf jeden Fall schon mal zu diesem Werk rüber gehen. Das ist wichtig. Ansonsten brauchen wir natürlich hier eine Verbindung. Wir müssen hier runter. Können das hier anschließen. Ich hoffe, dass es nicht weit genug... Also nicht weit weg. Wir können, glaube ich, auch schauen, was alles im Einzugsgebiet ist. Können wir das jetzt schon sehen? Nee, muss erst... Muss erst gebaut sein. Ist aber auch irgendwie logisch. Okay, das heißt, hier haben wir auf jeden Fall schon mal Verknüpfungen. Hier, die Dinger brauchen keine Arbeit. Also diese Fördertürme hier. Die Sachen weiterleiten. Okay. Das heißt, wir gehen noch mal von da nach da. So, damit die hier rüber gehen können. Hier werden wir dann noch mal eine eigene Bushaltestelle hinmachen. Ich denke, das ist verständlich. Ähm. Ja, ich denke, das kann man dann hier hin platzieren. Das dürfte nicht zu weit weg sein. Irgendwas ist da am Weg. Oder stellen wir es hier oben hin? Ist ja eigentlich egal. Ja, ja, immer wieder das Platten. Okay, das hat geklappt. Jetzt müssen wir nur noch mit der Straße hinkommen. Boah, wunderbar. Sehr schön. Optimal. So, und jetzt nur noch von den Wegen hier. Haben die keinen Eingang so? Haben sie nur den hier Eingang? Okay. Sehr schön. Okay. Und damit gehen wir auch noch mal da hin und von da nach da. Okay. Das müsste ja, ist ja eigentlich in Ordnung. Okay. Gut. Ja, für das erste Video schon ein bisschen lang. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ich denke, das wird ein spannendes Projekt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war's von eurem Kumpass. Bambuse. Bis zum nächsten Mal.